Kann ich jetzt runter? Natürlich, Eure Majestät. Seht nur, da ist ein Sprung. Auweia, du hast es zerbrochen, wie es aussieht. Nein, das Ei erledigt das ganz von allein. Hey, da schlüpft was. Oh. Oh, ein Vogel, Junges. Oh. Gut, jetzt wird die Mama ihr Junges zwitschern hören, kommen und es mitnehmen. Und ich kann wieder an meine Arbeit gehen. Seht mal, das Junge läuft Nanny Plum hinterher. Normalerweise ist das Erste, was so ein Junges sieht, seine Mami. Und das Erste, was dieses Küken gesehen hat, war Nanny Plum. Also denkt es, die Nanny ist seine Mami. Ich bin keine Vogelmama. Das Kleine ist hungrig. Die Vogelmama muss ihm Futter geben. Ich habe aber kein Vogelfutter. Was essen die Vögel denn? Würmer und Insekten. Oh, Gaston ist ein Insekt. Gaston, es wäre besser, du würdest ein bisschen Abstand halten. Vielleicht finden wir ja ein paar Würmer. Wie denn? Indem wir sie hervorlocken. Und zwar so. Die Würmer denken dann, dass es regnet und kommen an die Oberfläche. Oh. Da, ein Wurm. Er ist wieder weg. Oh. Dann müssen wir es weiter versuchen. Nicht nachlassen. Das scheint sie nicht zufriedenzustellen. Wenn ihr was zu essen wollt, kann ich euch das mit meinem magischen Picknick-Kopper beizaubern. Was würdet ihr denn gern essen? Sie sagt süße Dinge. Und was für süße Dinge? Gelee? Oh, ich zaubere gern Gelee. Vorsicht, Nanny Plum. Wir wollen keine neue Gelee-Flut. Keine Sorge. Ich weiß schon, was ich tue. Magischer Picknick-Kopper bitte sehr. Bring uns Gelee in Maßen her. Wollt ihr noch mehr? Kein Problem. Vorsicht, Nanny Plum. Oh, Mr. Elf. Keine Panik. Magischer Picknick-Kopf. Bring uns mehr davon her. Nanny, jetzt wollen Sie alle Gelee. Große Güte. Wir haben doch nicht so viel Zeit. Da werde ich wohl viel mehr zaubern müssen. Nein, Nanny Plum. Viel mehr davon her. Die Gelee-Flut. Die Gelee-Flut zeigt uns jetzt den Weg nach draußen. Oh. Meine Gelee-Flut. Ich kann etwas von unten hören. Was ist das? Gelee-Flut. Was rufen Sie da? Chalet-Foot? Was ist Chalet-Foot? Gelee-Flut. Oh. Gelee-Flut. Prinzessin Holly und König Auricel. Hurra! 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 Hier sind die Finalisten, Eure Majestät. Zum einen diese Tomate. Ah. Sie ist, ähm, groß. Und zum anderen diese Erdbeere. Sie ist auch sehr groß und, ähm, rot. Pass auf, jetzt muss ich wieder eine Rede halten. Wirklich eine tolle Leistung von euch, diese Züchtung der Früchte. Beeindruckend ist ihr Ausmaß. Und ohne weitere Umschweife entscheide ich, der Gewinner ist die Tomate. Oder vielleicht die Erdbeere. Nein, nein, die Tomate. Warte, da ist doch eindeutig Zauberei im Spiel. Ja, jedes Mal machen sie das. Wieso untersuchen wir nicht einfach, welcher Geschmack am besten ist? Was für eine gute Idee. Kosten wir sie? So können wir doch was essen. Zuerst die Hauptspeise. Die Tomate. Ham. Mh, ganz köstlich. Als Nachspeise, die Erdbeere. Mh, schmeckt lecker. Mh, ich muss sagen, beide waren sehr lecker. Sie gewinnen beide. Hurra! Hurra! So, wo ist der Pokal? Hih, hih, hih. Komme ich etwa zu spät, Eure Majestät? Nein, genau rechtzeitig. Gratuliere. Eine glänzende Leistung. Hurra! Hurra! Fertig! Ja. Wollen wir mal sehen, ob die Seife den Fleck rausgewaschen hat. Oh, Daddys Krone ist etwas verbogen. Und seine Schuhe sehen nicht gut aus. Oh je. Sind die Kleider des Königs immer so klein gewesen? Sie sind eingelaufen. Nanny Blam! Sind die Kleider des Königs sauber? Das ist Mami. Ähm, fast fertig, Eure Majestät. Nanny, was können wir jetzt tun? Wer weiß. Vielleicht müssen sie erst trocken sein. Dann kriegen sie wieder ihre normale Größe. Ja, Ben. Ich werde sie mit einem kleinen Zauber trocknen. Der Schneider hat doch aber gesagt, dass wir nicht zaubern dürfen. Ach, ich setze doch nur einen klitzekleinen, schwachen Zauber ein. Ahem. Abrakadabra, bald trocken seid. Donner und Blitz stellt Feuer bereit. Nanny Blam, schnell, geben Sie mir das Königs neues Kleid. Unsere Gäste kommen jede Minute. Wo ist das gute Stück, Nanny Blam? Was riecht so verbrannt? Wir haben Daddys Kleid gewaschen. Da ist es eingelaufen. Und dann hat Nanny es mit einem Zauber leider verbrannt. Meine Güte. Ich fürchte, dann wird er seine alten Sachen tragen müssen. Die haben wir vorsichtshalber auch gleich gewaschen. Die sind auch verbrannt. Was? Damit hätte der König nichts anzuziehen? Äh, ja. Hallo. Wo sind meine Sachen? Gleich fertig, Schatz. Ich bin jetzt sauber. Einen kleinen Moment, dann bringt Nanny Blam sie dir. Wie wundervoll, ich dufte. Nanny, rufen Sie den Elfenschneider. Ach, zu spät. Das sind König und Königin Marigold. Wo gehen wir denn jetzt hin? Runter in die Küche. Wir können den Wunderkessel von Nanny Blam benutzen. Darin machen wir die Eiscreme. Oh, du hast doch nicht etwa vor, die Eiscreme mit Zauberei herzustellen? Natürlich, wie denn wohl sonst? Vorsicht, Holly. Du weißt, deine Zaubersprüche funktionieren nicht immer so ganz richtig. Eiscreme machen ist doch das Leichteste von der Welt. Los geht's. Abracadu. Abracadang. Äh, Eiscreme für alle und den ganzen Tag lang. Siehst du, es funktioniert. Wow. Eiscreme für alle. Greif zu. Oh, danke schön. Ich bringe sofort noch mehr. Oh, das ist aber ganz schön viel. Wird das nicht bald aufhören? Äh, ich fürchte, ich hab gesagt, dass der Kessel den Tag lang Eiscreme machen soll. Äh, oh je. Ah, bald sind wir zu Hause. Ja, und es ist beruhigend zu sehen, dass das Königreich nicht mit klebrigem oder ekligem überflutet worden ist. Richtig. Holly muss wirklich vernünftig gewesen sein. Ah, das ist doch jetzt viel zu viel Eiscreme. Lass es aufhören, Holly. Mach endlich Schluss. Äh, ziggidi, ziggidi, zopp, stopp, stopp. Stopp. Ein Glück. Jetzt ist es besser. Wow. Ah. Hey, wo ist unsere Eiscreme? Ah. Oh. Große Güte. Wieder eine Karte. Oh. Das Kreuz weist diesmal auf das kleine Schloss hin. Unmöglich. Ich habe ja jeden Winkel des kleinen Schlosses einer gründlichen Reinigung unterzogen. Ich hätte es gefunden. Und wenn's gut versteckt ist, mein Täubchen? Auf zum kleinen Schloss. Hallo allerseits. Große Güte. Daddy. Wir versuchen, einen Piratenschatz zu finden. Mein Onkel ist Rotbart, der Elfenpirat. Eure Majestät denn? Ein Pirat? Nicht so ein frecher Pirat. Eure Majestät, ein guter Pirat. Denn ich bin Rotbart, der Elfenpirat. Na, dann ist es ja gut. Und wo ist denn nun der Schatz? Hm. Ich throne überm Schlosse zum Himmelszelt gereckt und unter mir verborgen der nächste Hinweis steckt. Ich finde, das ist reiner Unsinn. Wieso? Das Schloss hat doch oben sein Dach. Und es reckt sich in den Himmel. Wirklich clever, Eure Majestät. Das ist ganz und gar abwegig. Ich habe da oben mehr als hundertmal Staub gewischt. Wer weiß, vielleicht liegt es ja unter dem Dach. Ich habe eine Idee. Sehen Sie mal unter dem Dach nach, Nanny Plum. Oh, seid ihr sicher, Eure Majestät? Ich befehle es. Wie ihr wünscht. Zip, zip, zop, Dach hebt ab. Oh, ich meinte, werfen Sie einen Blick durch die Tür zum Dachboden. Oh. Oh. Schon wieder ein Plan. Das Kreuz markiert den Fluss. Na los. Wartet auf mich. So, wo waren wir? Erste Zeile. Hokuspokus, Plinkidiplank. Oh ja. Hokuspokus, Plinkidiplank. Nanny Plum. Nervtötend. Was will er jetzt schon wieder? Nanny. Ich will eine Tasse Tee. Ja, ja, ich komme. Da kann die Karte ja nie fertig werden. Die einzige Chance ist, dass ich den Zauber selbst versuche. Tja, wie war Nannys Spruch? Äh. Äh. Ah ja. Hokuspokus, Plinkidiplank. Äh. Ich versuch. Macht mir eine Geburtstagskarte. Super duper flink. Es funktioniert. Nun macht schon, ihr verrückten Pinsel. Beeilt euch. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Aus. Ihr frechen Hopspinsel. Gleich hört ihr einen neuen Spruch. Der wird euch schon richtig Beine machen. Zamm. Hopp. Zipp. Boos. Boos. Mehr und schneller. Los. Oh, das geht nach hinten los. Nanny. Teufel nochmal. Psst. Vergesst nicht, wo wir uns befinden. Wir müssen absolut still sein. Wow. Ist die groß. Hier stehen so viele Bücher drin. Wie kommt es, dass sie nicht zappeln und herumfliegen? Das sind ja keine magischen Bücher, Eure Majestät. Oh. Und wie findet man immer, was man sucht bei dieser Menge? Wir fragen den weisen, alten Bibliothekar. Und wo ist der weise, alte Bibliothekar? Kann ich helfen? Sind Sie der Bibliothekar? Ja. Können Sie uns sagen, wohin die Sterne gehen, wenn es tagt? Ah ja. Die Antwort findet sich in der Abteilung Astrophysik. Reihe 9. Signatur Nummer 520.34. Hier lang. Wir haben aber schon in so vielen Büchern die Antwort gesucht. So? Und in was für Büchern? Zuerst in meinem Märchenbuch. Und auch in den magischen Zauberbüchern. Tja, wir finden verschiedene Bücher für verschiedene Dinge. Hier stehen Märchenbücher drin. Oh. Über Hexen. Hier Bücher über Wissenschaft und Technik. Wow. Ein Raketenbuch. Da stehen Bücher über Musik. Oh. Volksmusik für Elfen. Wie ich die liebe. Bücher über Tierhaltung. Oh. Hühner. Sehr interessant. Bücher über Gemüse. Oh ja. Das ist delikat. Ganz besonders Erbsen. Es findet sich auf alles eine Antwort, wenn es das richtige Buch ist, das man aufschlägt. Ah. Da wäre es. Ein Buch über Sterne. Ja. Oh je. Ich schätze, dass der König sie gefunden hat. Ja. Wo ist das Vieh hergekommen? Was soll denn der Aufstand wegen so eines kleinen Lebewesen? Oh. Meine Kaulquappen. Deine Kaulquappen haben sich in Frösche verwandelt, Prinzessin Holly. Kaulquappen? Frösche? Was um alles in der Welt geht hier vor? Daddy. Ich habe dir doch erzählt, dass ich eine Hausaufgabe aufbekommen habe. Hierher, Fröschlein. Da geht's lang. Das ist mein Zimmer. Und das sind meine Spielsachen. Quack. 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 Jetzt spielen wir Verstecken. Ja? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ich komme. Versteckt oder nicht. Quack. Quack. Ich habe euch gefunden. Quack. Lasst uns was anderes spielen. Hopp, hopp, hopp. Schlafenszeit, Prinzessin Holly. Nanny, sag Hallo zu meinen Freunden. Fluffy, Tiddles, Mopsi und Ben. Ähm, hallo. Gute Nacht, Fröschlein. Da kommt irgendjemand. Schnell unter das Bett. Das muss Lucis Mami sein. Oh nein, sie hat das Fenster geschlossen. Wie kommen wir jetzt nur wieder raus? Das ist Elfensache. Elfen sind gut im Öffnen von Fenstern. Und ich bin ein Elf. Hör auf, Ben. Du wächst, Lucy, noch. Verzeihung. Ich fürchte, da brauchen wir leider doch noch mehr als einen Elf. Ich ruf an, dass noch mehr kommen. Wo hat mein Telefon denn hier empfangen? Ben, stell dich nur nicht zu dicht vor sie hin. Oh, Hilfe. Äh, was hat Daddy gesagt? Ach ja, beweg deine Flügel. Ich bin aber ein Elf. Ich habe gar keine Flügel. Na schön, ähm, beweg deine Arme. Oh. Hallo. Du musst weiterschlafen. Du darfst uns nämlich nicht sehen. Wer seid ihr? Äh, ich bin Holly. Ich bin eine Feenprinzessin. Eine richtige Feenprinzessin? Mit Flügeln, Zauberstab und einem drum und dran? Ja. Und das ist Ben. Er ist ein Elf. Hallo, Holly. Hallo, Ben. Oh, ich habe dir einen Brief geschrieben. Dankeschön. Oh, der ist ja ganz winzig. Ein schlechter Empfang. Weiser, alter Elf. Nanny Plum. Ist Ihnen eigentlich klar, wie spät es ist? Ich rufe nicht an, um nach der Uhrzeit zu fragen. Wir sitzen in einem großen Hausfest. Das Fenster ist geschlossen. Ich brauche ein paar Elfen, die uns retten. Verstehe. Und wie viele Elfen sollten es sein? Na alle. Wow. Was ist das? Wissen wir auch nicht. Das ist ein Kokon. Die Raupen machen sowas. Und ist Betty Raupe da drin? Ja. Wenn sie aber rauskommt, dann wird sie keine Raupe mehr sein. Weißt du? Und was ist sie dann? Ähm, vielleicht ein Frosch. Ein Frosch? Aber vielleicht auch ein Vogel. Verstehe. Betty Raupe verwandelt sich in ein Vogel. Und dann kann sie fliegen. Ah, ein Kokon. Ja, Daddy. Betty Raupe steckt da anscheinend jetzt drin. Und wenn sie rauskommt, kann sie wahrscheinlich fliegen. Dann ist sie nämlich ein Vogel. Ähm, Raupen verwandeln sich normalerweise durchaus nicht in Vögel. Verwandeln sie sich dann in Frösche? Ähm, auch nicht in Frösche, nein. Was wird sie denn sonst? Ah! Hallo, Betty. Oh, sie sieht aus wie vorher. Sie hat nun Flügel. Toll. Sie ist ein Schmetterling. Betty Butterfly. Seht mal, jetzt fliegen sie alle zusammen. Wie glücklich sie nun aussieht. Schließen wir uns an. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Na bitte, jetzt kann jeder fliegen. Ha, ha, ha. Ich kann nicht fliegen. Äh, Ben, ich dachte, Elfen wären geschickt darin, Marienkäfer zum Fliegen zu benutzen. Richtig. Elfen können auf Marienkäfern fliegen. Und ich bin ein Elf. Siehst du, Giraffen, schnell sich die Flügel drehen. Zu schnell. Die Mühle ist völlig außer Kontrolle. Sie überschüttet uns total mit Mehl. Ist es nicht die Aufgabe einer Mühle, das zu tun? Zunächst müssen wir die Geschwindigkeit reduzieren. Ach, na schön. Dann zaubere ich ein bisschen, um den Wind einzudämmen. Oh nein, danke schön, Nenniplam. Wir haben schon genug Feenzauber erleben dürfen. Jetzt ist Elfengeschicklichkeit gefragt. Wie sieht Ihr Plan aus, weise alter Elf? Wir werfen einfach dieses Lasso über die Flügel und halten so die Windmühle an. Das Seil gut festhalten, Elfen. Jawohl! Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Wir wissen schon genau, was wir tun. Alle Mann, jetzt zurücktreten! Das war super! Hurra! Gut gemacht, weise alter Elf. Ich wusste, es funktioniert. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie sehen nicht gerade sehr fröhlich aus, finde ich? Elfen sind nie wirklich fröhlich. Wie wäre es, wenn Sie den Zauber jetzt doch beenden würden, Nenniplam? Was hat er gesagt? Stoppen Sie den Wind! Oh, sehr gern! Wind sofort, wie nicht mehr am Ort! Wird heute überall heiter und Eure Majestät! Gaston geht es schon besser! Na, bestens! Und das Fehnenpfund hat an Wert verloren. Ähm, Gaston sagt, dass das Fernsehprogramm ziemlich langweilig sei. Und wie wäre das? Die Sendung sei zu laut! Ähm, dieses Programm findet er genau richtig. Sieh mal, Daddy, Gastons Niesen hat schon aufgehört. So, äußerst erfreulich, er wird uns dann wohl verlassen können. Ach, Daddy, Gaston kann nicht nach Hause zurück, bevor seine Höhle repariert ist. Sonst erkältet er sich nochmal und dann wird er traurig. Tja, wir wollen natürlich nicht, dass er traurig wird. Gaston sagt, ihr wärt der netteste König auf der ganzen Welt. Genug, Gaston. Am besten sehe ich mal nach, wie weit die Elfen mit ihrer Arbeit sind. Hallo, weise alter Elf! Wie viel Zeit wird es noch in Anspruch nehmen? Wie wir Bauleute sagen, keine saubere Arbeit entsteht durch Eile. Tja, ich finde, ein bisschen mehr Eile kann nicht schaden. Ich fürchte, dafür sind zu viele Probleme in den Griff zu kriegen, Eure Majestät. Ähm, es wird vermutlich eine verrückte Idee sein. Aber haben Sie schon mal versucht, den Stein über das Loch zu rollen? Haha, ihr habt recht. Es ist eine verrückte Idee. Es wäre doch vielleicht ein Versuch wert. Bei allem Respekt, Eure Majestät. Jeder von uns übt seinen Beruf aus. Ihr seid der König und ich der Baumeister. Natürlich. Ich baue ein Spielzeugauto. Ich bastel eine Spielzeugente. Das wird ein Helikopter. Ein Spielzeugboot. Ich baue ein Spielzeugfrosch. Ich ein Spielzeughasen. Ich baue einen Roboter. Uh! Prinzessin Holly hat noch kein Spielzeug, wie ich sehe. Macht gar nichts. Ich zaubere mir eins. Zing, Zang, Zingi, Zeug, Zauberer, Spielzeug, Klein und Neu. Prinzessin Holly, in der Elfenschule ist Zauberei nicht erlaubt. Nur weil Elfen nicht zaubern können. Elfen könnten durchaus zaubern, wenn sie wollten. Doch Elfen tun es nun mal nicht. Und hier sind Elfen. Prinzessin, ich stelle euch diese Spielzeugeule für heute zur Verfügung. Dankeschön, weiser alter Elf. Allerdings den hier werde ich einziehen vorläufig. Nur so lernt ihr das Geschickte, arbeitend auf Elfenweise. Völlig ohne Zauberei. Oh! Keine Sorge, ihr bekommt ihn zurück, wenn der Unterricht zu Ende ist. Mädchen und Jungen, greift jetzt zu euren Hämmern. Und denkt immer daran, schlagt vorsichtig. Vorsichtig. Hallo Nanny Plum. Was ist denn, Ben? Ich habe keine Zeit für Elfen ans Tor zu gehen. Kann Holly zum Spielen rauskommen? Ich fürchte, Prinzessin Holly ist zu beschäftigt für... Hallo Ben! Hallo Holly! Sieh mal meine neue Uhr. Ist das eine richtige Uhr? Ja, du kannst sie ticken hören. Oh ja! Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Noch nicht. Aber die Uhrzeiten sollen wir heute in der Elfenschule lernen. Ja, und ich glaube, du willst nicht zu spät kommen. Ich bin ein Elf. Elfen kommen nie zu spät. Mach's gut, Holly. Mach's gut, Ben. Ich würde auch gern so eine Uhr haben. Warum denn bloß, Prinzessin Holly? Wenn ich eine Uhr hätte, wüsste ich, wie spät es ist. Wir Feen brauchen gar keine Uhren. Wir wissen auf andere Weise, wie spät es ist. Wie zum Beispiel, Nanny? Wir haben Pusteblumenuhren. Hier ist eine schöne. Wie kann denn eine Pusteblume die Zeit anzeigen? Wir zählen, wie oft man pusten muss, bis alles weggepustet ist. Sieh her. Eins. Zwei. Drei. Es waren drei Puster. Das bedeutet drei Uhr. Das versuche ich auch. Eins. Das bedeutet ein Uhr. Und ist es jetzt wirklich ein Uhr? Oh nein, nein. Es ist nur ein Spiel. Aber Ben lernt heute richtig, wie man die Zeit ablesen kann. Darf ich auch in den Unterricht gehen? Ach. Na schön. Ich bin aber sicher, es macht nicht viel Spaß. Wenn der große Zeiger und der kleine Zeiger oben aufeinander stehen, ist es zwölf Uhr Mittag. Umba. 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 Stopp. Stopp. Sie dürfen nicht vergessen, Sie spielen heute für König und Königin Marigold. Die tragen die Nase sehr hoch. Uns gefällt Umba-Musik. Doch König und Königin Marigold gar nicht. So ist es. Nun spielen Sie Hollys Lied bitte, ja? Ja. Entzückend. Ey, Holly. Klingt die Elfenband denn schon etwas besser? Ja, Daddy. Sie haben den ganzen Tag ununterbrochen das Lied geübt. Na schön. Sie sollen spielen. Oh. Das ist viel besser. Ja, sehr charmant. Und dennoch denke ich, König und Königin Marigold gefällt's nicht. Warum nicht? König und Königin Marigold lieben keine gewöhnlichen Sachen. Und die Instrumente klingen, wie soll ich sagen, grob. Das haben wir gleich. Wie? Ich greife kurz zur Magie und alles klingt sofort toll normal. Nun spielen Sie bitte, Mr. Elf. Fantastisch. Das klingt genau wie die Musik, die König und Königin Marigold gern hören. Problem gelöst. Ich bin jetzt mal wie die Musik, die Königin Marigold hinbegrenztet. Vielen Dank.